Meine lieben Damen und Herren, Salamu alaikum! Salamu alaikum! Was geht ab? Was geht ab? Was geht ab? Wir sind wieder dick unterwegs, Leute! Dick unterwegs mit Horrorspiel! In 40 Minuten habe ich eine Treffe mit Elon Musk. Ich muss über die neue Geschäftsideen reden, die ich ihm gesagt habe. Also, ich muss jetzt schnell sein. Für dieses Video werde ich auch meine, äh, Baba, äh, Dings, wie heißt das nochmal? Äh, Prada-Brille anziehen. Was ist das? Ich lese das niemals, ich bin kein Hund. Ach, gut, Seele verkauft ein Scheitan! Uhhh, brother, uhhh! Excellent, you made the right move. Tamana, aber was machen wir? Chill, warte, 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 warte. Oha, oha, chill, hab ich chill. Uchlan, uchlan, uchlan! Was geht lang? Salamu alaikum! Ah, wir haben hier Essen für diese, äh, Tiere, die ist das Fisch? Fisch? Ah, na, na! Weh! Lade zwei Kräuter und... Tamam, abi, sorry. Lade zwei Kräuter und... Okay, abi, tamam, tamam. Äh, wo ist denn Kräuter? Halt deine Schnauze! Gib, abi, gib, gib, gib! Uch! Von denen noch eine, ne? Uch! Eeeeee! Nollilan! Nollilan! What was that? Weh! There's something in the works that you're not ready to know about yet. Was laberst du, Cousin? Das ist, jane, jane, du hast mir gesagt, das ist ganz normale Arbeit, jane, hier sind ganz normale Tiere, ich muss aufpassen, dies das, was laberst du, Cousin? Das war kein Tier! Guck mal, wie der mich anläscht, lan! Puh! Amen! Guck mal, jetzt läscht der mich nicht mehr an! My time is not infinite! Ich f*** dich, ja, Cousin! Der Brie sagt, du bist Azubi, du bist ein Hund, du musst alles hier jetzt reinmachen, einfach, yalla! Nollilan! Ollum, irgendetwas hat mich angefasst! Töbe, Staffrullah! Giraffenstation! Ah, hier, halt deine Schnauze! Giraffe, elf, wie viele gibt's von denen, lan? Das wird, glaub ich, sehr lange dauern! Medikamente für Tiere mixen, Cousin? Tamam, Abi, tamam, okay, 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 okay! Ey, also der... Wie viel redest du? Also, hier kann man die Medikamente für die Tiere, äh, mixen. Ja, und das, jane, ja, wir müssen schauen, dass die Tiere alle gesund sind. Ja, aber ich weiß, ich weiß, ich bin nicht dumm. Giraffe, Kräuter, Gemüse... Ah, kochen, hier, hier. Schneiden, muss abgeschnitten, 3,5. Denkst du auch, oder? Alles gut, Abi! Ja! Hä? Aber wie soll ich das denn wissen? Wie soll ich das wissen? Wie soll ich das wissen? 3 kg, ne? 1,5 kg. Von wo soll ich wissen, dass das richtig ist, Abi? Hä? Die ganze Zeit einfach mal drücken, Abi. Annehmen, Essen ist fertig. Hä? Essen bereit, Abi? Hä? 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 Zugwagen, ja, Bruder, das ist ein, äh... Das ist ein, ja, ne... Guck mal, wie der läuft, Bruder. Äh, 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 äh. Das ist, Abi, so ein Däschig, äh... Sorry, tut mir leid, Wallah, ich wollte das nicht. Kann einfach so raus, wegen Cola, ja? Aber, Abi, was ist das für eine Tierarzt, Tierarzt? Tierarzt... Was ist das für eine So hier? So! Wie heißt das auf Deutsch? Tier... äh, so... ähm... Ich halte meine Fresse. Herzlich willkommen im Grafengehege. Äh, Symptomkarte. Bevor Sie gehen, stellen Sie sich jetzt alle Symptome... Äh... Beo, Po, Cleo. Was soll ich damit machen, Abi? Oh, warte mal, warte mal, ich muss das rausholen. Körpertemperatur, Frequenz, Blut, Befehlen, normale Höhe, gesund, krank, aggressiv, hungrig, tot. Ach, Bär. Aha. So, Jungs. Salamünaleyküm. Alles gut, Abi? Servus. Ich lande, ich lande, ich lande. Lano, Alham, tschel. Tschel, tschel. Ihr kriegt gleich Essen, Abi. Ja, 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 folgt mich nicht. Die Breast, guck mal. Hey, hey, hey. Renn nicht, Cousin. Wo ist denn diese Essensstelle hier? Renn mir hinterher. Aha. Alles gut, Abi. Alles gut, alles gut. Ihr seid süße Motherfuckers. Ah. Och, 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 och. Bochi, Amanakoym. Was geht da hinten, Abi, Abi? Was sind das für Sounds, Bray? Afetos und Baba. Hä? Baba, komm du auch her? Was ist das für ein Horrorgame, Amanakoym? Wir rennen hier ganz normal durch diesen Tierpark hier rum, ohne Probleme, ohne nix. Ein Scheißesauger? Muss ich jetzt deren Scheißesauger? Werde ich überhaupt dafür genug bezahlt? 100.000 ein Jahr, Paul. 100.000 fucking American Dollars. Come on. 100.000, 100.000 Dollar im Jahr, Bruder. Gib mir auch mal diesen Job. Ich mach's mit Herz. Wo ist Scheiß, Abi? Hä? Wo? Wo habt ihr geschissen? Hallo? Servus, Abi. Wo hast du geschissen, Abi? Ich... Ekelhaft. 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 Egal, 100k. 100k, Bruder. 100k ist Bruder. Assalamualaikum. Ich halt meine Fresse. Ich kann nicht mal das sagen. Bitteschön, Abi. Scheiß ist fertig. Yallah. Was für TIS? Okay, 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 okay. Alles klar, Bro? Okay, tamam. Körpertemperatur. Wichtige Sachen, Cousin. Assalamualaikum. Ich bin wieder da. Chill mal kurz deine Eier. Ugh. Was geht da ab? Okay. Der Brie ist okay. Ist der gut? Ja, der ist... Ja. Der ist okay, glaube ich. Salamualaikum. Was geht hier ab, Abi? Was geht da hinten ab? Tschüss. Ozzuzochus. Alles klar. Wer ist dieser Brie, der hier liegt? Dem geht es gar nicht gut, Alter. Ah, der ist am Schlafen. Aber der ist am Brennen, der Brie, ne? Sektirget! Ich muss pauschern! Geh weg! Oh. 43. Der Brie ist langsam am Brennen. Dem Brie müssen wir schon helfen. Der redet. Ich bin nicht mal da. Äh. Diese Dart-Temperalax. Äh. Wenn du Temperalax Dart hast, wenn du das schießt. Äh. Sorry, ich habe dir kurz eine Bombe gegeben. Wenn du diese Temperalax Dart hast und wenn zum Beispiel sagen wir mal deine Giraffe, der hat 43 Grad. Das ist nicht gut, Digga. Bam! Ihnen geht es wieder besser. Top. Achso, wir müssen ein Medikament machen. Tama, aber alles gut. Guck mal, wie der wieder läuft. Aber warum gibst du? Versuchst du mir Zeit ein zu geben? Warum schaust du mir so? Warum läufst du so? Schau nach vorne. Hä, jetzt Löwe. Ihhh. Warum ist da diese 40 Beine Dings? Ihhh. Können wir nicht gehen? Du kleiner Wichser. Was hast du gemacht, Digga? Ey, der Typ. Hä? Hä? Das Blut. Warum ist da Blut? Warum ist da Blut? Ey, bitte halt deine Schnauze. Yalla, Temperalax. Tür aufmachen. Salam alaikum, Jungs. Äh, Cleo. Waheim. Beyo. Buhl mal loser Mann. Der muss es sein. Ho. Bam! Eeeh. Eeeh. Top, Top. Cousin, was willst du noch? Was, was ist deine... Was kann ich dir noch anbieten? Ugh. 100k Mörg für das. 100k. Easy. Easy. Ich mach... Ich komm jeden Tag mit. Was? Alles klar. Ich will es nicht wissen, Bro. Also bis jetzt ja ne... Kein Horrorspiel, aber okay. Okay. Alles gut. Ich sag mal nix. Der Brie will mich jetzt alleine lassen. Alles klar. Ich bin Azubi. Der Brie hat mir das beigebracht. Und jetzt machen wir alles alleine. Ich hab gar nicht zugehört überhaupt, was der Brie gesagt hat. Ja, der hat irgendetwas gelaufen. Ich weiß nur, Temperalax ist gut für meinen Körper. Egal. Every Zookeeper is entitled to a service car. This one's mine. If you perform well tonight, you'll get one in the morning. Bruder, chill mal dein Eier-Cousin. Was ist das für eine Arbeit? 100k Mörg. Direkt am zweiten Tag Lamborghini. Urgh. Urgh. Gib mal auch rüber. Urgh. Urgh. Was bist du für ein Peach? Lässt deine Frau da draußen, in die Kälte, mit Regenammer nach oben. Sag doch den Typen wenigstens, dass sie gehen soll. Guck mal. Urgh. Urgh. Okay, wir sind offiziell alleine. Urgh. 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 Alles gut? Ja, Lilly? Willi, Sweetheart. Everything's okay. They put me on probation, but I had to start immediately. There's plenty of meat here. I want my girls to finally eat normal food. Okay, die wollen... Urgh. Urgh. Es gibt immer noch Husten. Urgh. Ich huste immer noch ein bisschen, aber ja, kann man nichts machen. Was soll ich jetzt einfach Ed holen für meine Kinder? Okay, aber... Urgh. Das wäre Baba. W- Wer hat hier so... Wer hat hier so geschissen, Bro? Wer hat hier so geschissen? Wie kann man das schaffen, da zu scheissen und dann dahin zu... Hä? Aber warte mal, warte mal, warte mal. Wo ist denn Fleisch? Kann ich hier ein wenigstens? Götterne. Hey. Ich bin so dumm. Hier, Digga, hier. Erstmal zurück. Okay, meat. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob das gutes Meat ist, Bro. Hier, nimm. Überprüfe das Gehege. Fütter die Tübe. Türe. Okay, fütter die Türe. Türe. Morag. Okay, für Elefant. Vegetable. 6,5. Okay, warte, warte, warte. Wir gehen jetzt zum... Wir können nicht zum Elefanten gehen. Götterne. Warte mal. Zu wem können wir denn gehen aber? Ich kann nicht sehen. Alles gut. Walabi, Walabi, Walabi. Okay. Herbal. Vegetable. 2,1. Okay. Yallah. Yallah. Passt doch perfekt, ja. Kochen. Nötig 2. Okay. Wie sehen wir das jetzt aber? Wie sehen wir das? Wie sehen wir das? Wie? Ja ne, ich schneide gleich meinen eigenen Kopf gleich raus. Das ist dann 1,5. So. 1,8. Ja gut. Okay. Also das ist dann 1,5. So. 1,9. Tiere können sich weigern zu essen. Bro, was ist das für ein verfickten Beispiel? Ich stecke gleich echt hier irgendetwas tief in meinen Augen. Ich habe die ganze Zeit falsch gemacht. Das ist halt meine Dummheit, Digga. Kann man nichts machen. So. Jetzt aber, ne. Jetzt machen wir das schon. Aber ich rede hier, ne. Wagen, wir können sich nicht verwirren. Ich vergesse immer das hoch zu machen, ja. Bruder, hier ist Blutland. Fick ich die Tiere. Ich mache es. Ich scheiße auf diese Tiere, okay. Walabi, leck meine Eier. Leck meine Eier, Walabi. Okay, yallah. Wir gehen zu Walabi. Reicht mit euch. So habe. Walabi Breast. Ich komme. Willi. Watr! Salam. Schau nach dem Begriff. Glocke, 1768 1-7-6-8 S-8-8-8 1-7-6-8 Eine gut, um darauf zu bemerken, dass er mit ihm einen hat. Siehe, die ich erinnere. Ja, Schuss. Ich komme. Salam. Was wartet ihr da? Salam. Hey! Mach keine Filme. Fuck, fuck. Dir geht es nicht gut. Mach mal placks. Salam alaikum. Alles gut, tamam, tamam, alles gut. Chilt, chilt, macht Platz. Ich muss raus. Essen kommt, yallah, alle hier rüber. Alle hier rüber. Gibt euch. Was ist mit dir? Hallo? Amy? Was ist mit dir? Schleiß dich da hin, oh mein Arum. Hi, Roller. Alles gut? Temperatur. Nein, 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 nein. Temperatur machen wir letztens. Wir machen jetzt erstmal Scheiße sauber machen, wollte ich sagen. Scheiße sauber machen geht aber nicht. Warum? Wo ist meine Scheiße, Dings? Es geht nicht. Ich kann keine Scheiße sauber machen. Okay, dann machen wir Messen halt einfach. Das war's, Cousin. Salam alaikum. Gute Nacht, ich will nichts Schlimmes. Gut. Was sind das für Geräusche? Penny, dir geht's gut, ja. Penny, alle. Penny, dir geht... Öh, 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 Sally, hallo, 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 chill. Chill. 39, lang, dir geht's auch, Hayat. Amy, Amy, Amy. Amy, chill, Amy, chill. Amy. 88. Dem Brie geht's gar nicht gut, Aliah. Aber warte mal. Waren das jetzt die alle? Eins, warte mal. Wir haben den, wir haben Sally. Wally, 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 Wally. Wally geht's auch, Alhamdulillah. Warum kotzt du, Abi? Was ist passiert? Allah, Amy, geht's gar nicht gut, Digga. Messe das Geräusch. Hä? Was ist TSA? Was geht, Lanzalian, Lanzalian, Lanzalian? Mein Bremer, Lanzalian. Wallah, du bist ein Löwe, Digga. Du bist ein Löwe, Lanzalian. Du bist es, Lanzalian. Wir anderen sind es nicht. Du bist es, Lanzalian. Dem Bremer müssen wir kurz helfen. Das geht so nicht weiter, Cousin. Das Ei... Ey, Jungs, ich sag's euch offen und ehrlich, ne? Ich hab das kurz vergessen. Temporalachs herstellen, bitteschön. So, Amy. Hachi, dir geht's gar nicht gut. Hat nichts gebracht. Also, ich sag's euch ehrlich, ich bin fertig mit euch. Ey, ich glaube, ich bin einfach dumm. Ich glaube, ich muss einfach Blut von diesem Hund nehmen, der, äh, krank ist. Genauso, genauso. Ich bin's. Servus, meine liebe Damen und Herren. Hallo. Eigentlich hab ich gerade weiter aufgenommen, aber ich hab wirklich alles probiert. Es geht nicht. Ich rede, mein Audio kommt 10 Minuten später. Und ich konnte leider auch nix machen. Ja, dieses Video ist ein bisschen so, äh, geworden. Ist auch ein bisschen spät gekommen. Äh. Ist auch ein bisschen spät gekommen. Tut mir leid. Aber ich war krank und faul. Ab jetzt versuche ich wieder aktiver zu werden. Tut mir leid für die Chara-Video. Wallah. Aber ja, falls ihr bis jetzt geschaut habt, Dankeschön. Ich küss euer Herz. Und ja, wir sehen uns das nächste Mal.